Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen anderen Spiel mal wieder. Ja, ich hätte mal gerade mal wieder ein bisschen Bock auf Worms 4 und, ähm, ja, hab ich mir gedacht, äh, hauen wir mal nochmal kurz ne Runde rein. Ähm, ich hab schon ewig nicht mehr gespielt. Und ich bin schon wieder, also ich hab seit dem Let's Play nicht mehr gespielt, sagen wir mal so. Ähm, ich bin rot, das heißt wir müssen auf die blauen gehen. Wie zieh' ich denn gleich nochmal, genau. Wunderbar. Ähm, also wie gesagt, das ist einfach nur so ein kleines Ding, letzt-, zwischenletzte Aufnahme, weil ich gerade nix-, nicht wusste gerade, was ich machen soll. Hab ich mir gedacht, äh, spielst du mir wie ein bisschen Worms. Wow. Und ja, schaust du mal, was du so zusammenbekommst. Na, warte du! Na, warte! So, auf geht's, ab geht's. Ähm, ich würde mal sagen, den können wir vielleicht mit dem Baseballschläger in die Mine reinhauen. Genau. Komm schon. Sehr schön. Na ja, hat jetzt zwar nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Ich hätte ja nicht gehofft, dass das bis rüberfliegt, aber nun ja, so ist es auch okay. So, macht man das. So, macht man das. Fuchzig hat mir die abgezogen. Boah. Dafür wirst du sterben. Oh, hier wäre natürlich der Baseballschläger wesentlich besser gewesen. Aber, da wir den nicht mehr haben... Aber, da wir den nicht mehr haben... Ah, ich muss immer... Denk mir immer, wenn ich zu Nathan stehe... So, macht man das. So, macht man das. Ich hoffe, dass wir gewinnen. Sollten wir. So, ja. Halleluja. Oh, das wird... Ah Gott, bist du schlecht. Du bist zu schlecht, du bist zu schlecht, du bist zu schlecht. Okay, hier wäre natürlich auch wieder sowas. Äh, zwei Schrottchen... Und dann noch... Ähm, 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 ähm... Feuer, Faust... Wohl, ich probier's einfach mal mit einer Granate. Ich hoffe mal, dass das irgendwie ein bisschen was bringt. Ja... Das müsste auf alle Fälle einiges abgezogen haben. Ja, das passt schon. Dim, dim, da, 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 da... So. Lol, irgendjemand hat da geschrien. Der sollte am besten zum Fass gehen, oder einfach... Nee, das war's das. Ja, natürlich. Hätte ja auch nichts dagegen. Äh, l... Lol. Was hat denn der für'n Scheiß gemacht? Das wäre natürlich immer gut, wenn der sich selbst vergiftet hätte. Ähm... Hm. Ja, na gut, ich schieße einfach nochmal mit dem da. Und ein direkter Treffer. So muss es aussehen. Fünfzig, vier Leben hat er noch. Die bekommen er so ganz leicht weg. Ähm... So. Weiter geht's. Ding, ditititim. Nein. 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 Spaß. Naja, na gut. heavily голuin pani. tickt, 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 tickt. Sie können «Tschüss. Ich glaub mich jetzt auch noch ein bisschen erwischt. Ach, du scheiße ich hab mich jetzt gerade selbst umgewacht. Hallo, ist da jemand? Ja, 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 ich beeil mich hier schon. Ähm. Zack, schau mal einfach mal. Oh ja, das könnte was werden. Sehr schön. Oh jawohl, 75 Leben im Arsch. So soll es sein. Auch wenn ich dabei 23 Leben verloren habe. Naja. Macht jetzt auch nicht so viel. Denn wie man unten sehen kann, sind wir ziemlich weit im... Ja, vorne. Den haben wir jetzt dann auch nur noch einmal. Wehe du triffst. Achso, ja gut. Das wird nichts, das sehe ich schon. Oha. Oh, knapp. Ah, fünf Leben. Warum immer ich? Du wurdest bis jetzt noch gar nicht getroffen, du Sack. Also, gib ruh. Ich würde mal... Boah, jetzt dachte ich schon. Na gut. Tschüss. Lebe wohl, du grausame Welt. Lebe wohl, grausame Welt. Ich glaube, wir haben es eh schon geschafft. Jawohl. Hab ich gerade einen Triple Kill gemacht? Ach, du Scheiße, ich glaube, ich habe bei mir auch ziemlich viel getötet. Okay. Ja, ich habe bei mir auch ein paar getötet. Na ja, aber wir haben nur noch einen Gegner und wie man unten sehen kann, der wird nicht mal mehr angezeigt. Ich meine, der hat 0,4 Leben. Also, ja, vier Leben, oder? Das ist im Prinzip so wenig, dass es schon so wenig ist, dass ich gar nicht mehr weiß, wie wenig das ist. Wir starten mal kurz mit dem Jetpack durch. Und fliegen zu diesem werten Herrn. So, was machen wir denn jetzt mit dem? Hm. Was sollen wir denn mit dem machen? Ich würde mal sagen, wir benutzen die Halleluja-Bumme. Ach, du Scheiße. Ja, war natürlich klar, dass das ihm dann... Ach so, gut. Das hat gereicht. Leb wohl, grausame Welt. Bye, bye. Ja. Und unser Held des Tages. Wir haben gewonnen. So, ich verabschiede mich für diese Aufnahme. Bitte zwischendurch. Bis zum nächsten Mal. Euer Hoden. Tschau.